Hallo! Heute bei dem stürmischen Wetter haben wir eigentlich nichts besseres zu tun, als den Häcksler zu füttern. Ich zeige unseren großen Standhäcksler, die SH-120 Eberl. Da haben wir einen Haufen Äschte von der Feber-Holzarbeit. Let's go! Das sind die ganzen Äschte. Wenn, dann ist der Häcksler, der ist noch zugedeckt. Und den werde ich jetzt abdecken und mir da einen Weg einbauen. Und dann geht's los! Sollte 12 Jahre Dumpen 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 Ich glaube, ich habe einen Einig geflogen. Gott. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt werden wir nur die Raupe reinstellen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.